Hallo, mein Name ist Reim. Ich zeige euch hier, wie man auf ganz einfache Weise kochen und backen kann. Ich werde hier nichts Abgehobenes zeigen. Ich werde euch auch keine Rezepte nennen, die nach Grammangaben gehen. Sondern ganz einfach, so wie es meine Großmutter schon gehalten hat, nach gutemem Kochen. So werdet ihr beispielsweise auch sehen, wie man Konsistenzen erkennt, damit man zu dem richtigen Ergebnis kommt. Also beispielsweise bei einem Kuchen. Würde ich beispielsweise einen Kuchen backen, wo nach einem Rezept, wo drin steht, nehmt 5 Eier und 300 Gramm Mehl und 200 Gramm Zucker etc. Dann würdet ihr vielleicht Kekse bekommen. Warum? Weil die Flüssigkeit in den Eiern viel zu wenig ist, weil die Eier zu klein sind. Also grundsätzlich nach einem Rezeptbuch kochen, führt nicht immer unbedingt zu dem Ergebnis, was ich haben möchte. Ich habe mal einen Versuch gemacht und da haben 5 Leute das gleiche Gericht gekocht. Und ihr werdet es nicht glauben, es ist 5 Mal was anderes dabei heraumgekommen. Warum? Weil Zutaten teilweise auch in der verkehrten Reihenfolge zugegeben wurden. Also schaut euch meine Videos an, macht es nach. Die sind kurz, ja. Ich werde euch hier auch nicht zeigen, wie man Gemüse schneidet oder eine Tüte aufreißt. Sowas gibt es gar nicht. Ich koche grundsätzlich frisch. Sicherlich habe ich auch Aromastoffe, die ich benutze, wie zum Beispiel Homearoma, Zitronenaroma, solche Sachen. Aber ich werde euch nicht zeigen, wie man eine Tüte Suppe zubereitet. Weil das könnt ihr selber. Aber die schmecken auch nicht. Und ganz besonders empfehlen kann ich euch meine Pizza. Ich habe jahrelang daran gearbeitet, eine Pizza zu backen, die auch wirklich wie eine Pizza schmeckt. Und die man auch zu Hause selbst zubereiten kann. Das liegt daran, weil unsere Backherde beispielsweise nur maximal 250 Grad erreichen. Eine Pizzeria hat jedoch 3, 4 oder 500 Grad. Klar müssen wir dann etwas länger backen, wenn wir nur 250 Grad haben. So ungefähr 10 bis 15 Minuten. In einer Pizzeria dauert es manchmal nur 30 Sekunden bis eine Minute. Aber ihr werdet feststellen, wenn ihr meine Pizza nachbackt, dann habt ihr ein super Ergebnis. Das schmeckt wirklich toll. Die könnt ihr auch jedem vorsetzen. So, dann verblüfft doch mal eure Eltern, wenn ihr einen Rührkuchen macht. Beispielsweise. Oder wenn ihr einen Butterkuchen macht. So. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann bitte abonnieren und auch weiter sagen. Ich danke euch. In diesem Sinne. Guten Appetit. Gulb als Corona schon. Ja. Und wegen dernelst. Lauspräch. Wie geht es denn was? Wie geht es denn was? Ich glaube es. Wie geht es denn los? Wie geht es denn los? Ich wissen welche Sie Libertnek. Was gut ist? Wie geht es. Wie geht es denn los? Wie geht es denn los? Aber wenn es eu nicht dring! Sie Badland kann coronavirus. Vielen Dank.